Okay, na gut, soll sein. Dann nehme ich jetzt auch auf und heiße alle willkommen in unserer fünften Folge quasi. Also nicht fünften Folge, sondern fünften Szenario. Passt, Hartmann, du warst dabei, irgendetwas zu erzählen. Der Entgurth craws at you happily in flames. You stuff your packs full of the strange wheat and then resume your track toward the stone-structured barbering ground. It takes you a while to backtrack and find it, but the constant sound of chanting pulls you back to the clearing, where you get a better view of the temple. It is a towering building with the best pyramid base and a multi-tiered spire adugan. You cannot fathom how it was built, but feel confident the Burmings did not do so on their own. It feels ancient and ominous. The chanting permeates the area, but you can't tell where it is coming from. You carefully approach the clearing, noticing some vague movement from the particles of the spire. When you arrive at the base, you find a set of stairs carved onto the surface of the stone, leading upward. You also see an ornate opening to the pyramid and a set of stairs leading down into its slums. Wir haben jetzt theoretisch die Wahl entweder die Spuren nach oben und die Strukturen zu nehmen oder als Option B die in eine Dunkelheit-Pyramide hinabzusteigen. Die vier Wahl ist uns wieder vorweggenommen worden und dann bekommt man moment ja, als das rausgekommen ist, die hat Option A, B, die ist nach oben gestanden. Also kriegen wir das jetzt auf. Hurra! Hurra! Okay, und dann fangen wir an mit dem Text hier von dem Szenario 5, die Sunspire, also die haben uns dann entschieden, die Tür hochzuschleigen und unser Ziel ist es, wir müssen die Rehle retten und alle Feinde tun. Und wenn ich übergebe, dann tue ich doch gerne. Sie sehen, movement in der Tower up above has cemented your decision and you begin to race up the stone steps. As you ascend, the pyramid eventually tapers into a giant spire, shooting up into the sky. You grab the handholds carved into the vertical face of the stone structure and begin to climb. Halfway up the tower carried upon the ever increasing winds, you begin to hear the sounds of commotion below you. A multitude of Wyrmlings are pouring out of the base of the pyramid and moving up the stone steps after you. Completely unable to fend them off while clinging for your life, you have no choice but to continue climbing upward towards the Senate. Farther still, up your ascent, with the storm below hot on your heels, you begin to hear troubling sounds from above as well. The sound of a woman yelling. You recognize the voice of Driles. You climb as fast as you can. Wie kommt die da drauf überhaupt? Finally reaching a large open circular platform to stand on. Above you, you can see two more smaller platforms and it seems like Driles voice is coming from the very top. Getting there will not be easy, however. Demons and more of the wretched black biters block your path. When we sacrifice the small one, one of them taunts, the demons will make this island ours. Special rules. All attacks made by any figure have push added as a scenario effect. Flying figures are immune to this specific push effect. I'm concerned about using the Die Ausnahme ist alles, was fliegt, wenn ihr euch die echten Dämonse mit Frontshots, die sind im Snarer, die, samt in uns, haben ein Fügel-Symbol wegen ihrem Namen, und zwar beim Dämon zu schütteln, das bedeutet, dass sie fliegt sind, die sind also in Unien, alle Sonnendämonen kann man so nicht pushen, alles, was nicht Sonnendämonen sind, ist im Snarer, natürlich, weil es nicht fliegt kann, wird immer gepusht, wenn es angekündigt wird. Äh, fällt das dann auch die Stiegen runter? Ja, das kommt durch. Okay. So, na gut, dann gehe ich zurück zu den Regeln. Wo waren wir? Ah ja. The three map tiles are not connected normally, but are considered to be on top of one another, with the C-Tile on top, the D-Tile in the middle, and the M-Tile on the bottom. Consider the walls of these tiles open space, such that if any non-flying creature is pushed into a wall on the C- or D-Tiles, that figure falls onto the next tile down, which is C-to-D or D-to-M. Okay. Into the most logical corresponding unoccupied edge space. For instance, if a figure is pushed off the top left of the C-Tile, it will land on the top left edge of the D-Tile. In the case of M- Ja, ich sehe das jetzt leider nicht, was du herumdingst, aber was soll's. Ich hoffe, die anderen im Stream sehen's. Und Andi und Michi. In the case of Ambiguity, players decide which edge space the figure lands on. When a figure falls like this, it will suffer half the damage of a trap rounded up, and any additional unresolved push value is negated. Characters can also willingly move off the edge of the C- and D-Tile for one movement to fall down to the next tile, but they will still suffer the same damage. Also, zwei Punkte Schaden nehme ich mal an, oder? Genau, zwei Punkte Schaden, wenn man an einer Plattform auf der Dormitur spielt, oder beschossen wird. Das ist CDM heißt nur, und ist die größte. Das ist dann, wenn die Karte ist, das ist die größte. Da drüber ist die größte, und da drüber ist die ganz kleine. Interessant, und ich dachte, die kleine ist in der Mitte. If a non-flying, non-character figure is pushed into a wall on the M-Tile, it dies instantly, and no money token is dropped. If a character is pushed into a wall on the M-Tile, he or she suffers trap damage, and does not move. Whenever a monster pushes a character or character's summon, the push will always be closer to the wall closest to the pushed figure. Set up all three rooms at the beginning of the scenario. There is no line of sight between the rooms, though focus can still be found between rooms in order to move from one room to the room directly above or below it. Figures must move from one stair or rubble hex to the corresponding one in the other room, spending the requisite two movement for difficult terrain. Even flying and jump movements are subject to this extra movement, contrary to normal rules, the A stairs connect to each other, the B stairs connect to each other, and the figure can move from either C rubble to the L rubble and back. Is this L rubble? Yeah. Ehm, wir haben vom 어느 percent zwei Stufen, die auf das mittlere Raum unerthreten. Und zwar immer die gleichb susceptible stufen zueinander. Also in den mittleren haben wir zwei Rubble's. Und die führen beide auf den Rubble vom obersten. Wenn man vom Obersten vom rubble untergeht, dutey man sich aus auf welche Rubble in den mittleren ergr스트 stellt. Und wenn man vom Obersten vom Rubble runter geht, dura auf welche Rubble in dem bekommt er nicht. Die mittleren haben können wir es ganz wichtig für jedes von diesen broadenenと dug mehr. Jede Stiege und jeder Rubble auf diesen drei Teils braucht zwei Bewegungspunkte, wenn man draufschneidet, egal ob du im Fluch jumpst. Jetzt bist du weg, ich höre dich nicht mehr. Wenn man dreht und sich gleich rauf gehen will, braucht schon vier Bewegungspunkte nur dafür, zwei um die Stiege zu betreten, zwei um eins rauf zu gehen. Ist das mit Thumb auch so? Egal ob du jumpst oder flying oder was auch immer hast, du bist im Spiel immer wieder disconnected. Ich sehe mich allerdings noch im Spiel. Ja, aber du wirst nicht sehen, dass du da für ein Bewegungspunkte. Ah ja, jetzt bin ich disconnected. Interessant. Na ok, ich stecke nochmal ein. Hallo? Hallo? Ja, genau. Hui! Oh, gib bitte. Ich muss nochmal aussteigen. Ja, na m****. Ja, ich muss nochmal aussteigen.